Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Boris and the Dark Survival. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen geübt. Beim letzten Mal war das ja eher so mittel, das Ergebnis. Und naja, mein Üben hatte zur Folge, also erstmal, dass ich festgestellt habe, es geht nichts mit Üben. Es hat überhaupt keinen Wert. Und dann ist es, ich habe was gefunden, Swing in Hellfire Falls. Yes. Okay, das habe ich schon mal hingekriegt. Dann muss ich euch damit nicht nerven. Und was ist noch passiert hier? Ich fand eine von diesen, was auch immer das ist. Hier ist offensichtlich eine Tür, ein, ja so ein Aufzug, nicht wahr? Für so einen Speiseaufzug oder so ist das doch. Na gut, riskieren wir es. Gehen wir mal hin und schauen, womit sie uns heute Angst einjagen. Das war sehr hilfreich. Vielen Dank. Da haben wir ein Zahnrad. Schauen wir mal, was sonst noch... Hier ist niemand drin. Oh. Guckst du. Okay, gehen wir erstmal nach rechts weiter. Nichts, Sackgasse. Okay, fantastisch. Was haben wir hier? Einen Schrank. Da ist was drin. Safehouse Scrap Found. Na guck. Wenn das immer wieder dieselben Level sind, dann haben wir den hier schon einmal gespielt. Und elendig versagt. Hier wurde jemand verhört. Ach du liebe Zeit. Da wurden zwei Leute verhört. Halt. Waren wir hier unten? Doch, waren wir. So. Zurück in den Raum. Rechts, links. Geradeaus. Wir probieren es rechts. Dummerweise erinnere ich mich nicht, was beim letzten Mal herausgekommen ist. Ah. Cool. Kaffee. Dieses Soup. Nö. Okay, da haben wir noch etwas. Lost Paper. Wow. Unten, 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 unten. Meine Güte. Hätte ich nicht beim letzten Mal auch schon herausgefunden, dass es unfassbar groß alles hier ist. Hier ist eine Sackgasse, da brauchen wir nicht hin. Hier ist ein Schrank. Mal gucken, was passiert. Nichts passiert. Hervorragend. Okay. Nach oben. Und dann gucken wir uns hier rechts mal um. Ah, da ist ein Knochen. Wunderbar. So, das brauchen wir alles nicht untersuchen, denn wir brauchen allein die Schränke, in denen ist etwas drin. So, was haben wir hier? Da ist ein Schrank. Nichts drin. Okay. Dann nochmal Soup. Nichts weiter. Da war auch nichts. Okay. So. Noch mehr Soup. Haben wir den schon? Halt. Nichts drin. Na. So was? Okay. Wir müssten allmählich in... Oh. Nein. Alles gut. Wir müssten allmählich... Ah, nein. Hier geht es einfach noch raus. Hm. Na gut. Also. Nächste Station. Nacht. Das haben wir. Das haben wir. Das könnten wir eigentlich schon weg. Aber ich würde gerne mal gucken, was hier wird denn hier noch so. Da ist ein Schrank. Zack. Ein Leerschrank. Fantastisch. So. Wir haben nur noch ein Objekt zu sammeln. Oh, ja, ja. Na ja, schon gut. Hallo. Na? Ja, wo bin ich? Das wird nix. Ach. Hier ist nix. Na gut. Dann holen wir uns das fehlende Zahnrad und aus die Maus. Weg. Ha. So, lass uns mal gucken, was wir gefunden haben. Yep. Erst mal die Supplies weg. Ja, danke. So, da steht immer noch eins von sechs. Das haben wir hier. Oh, ja. Ah, hier können wir uns die Recordings anhören. Das funktionierte beim letzten Mal ja nicht so gut. Na, mal hören, was sie sagt. Ich weiß nicht, warum ich das sogar recordiere, aber ich weiß nicht mehr was zu tun. Bitte. Werden Sie, ich bin, ich brauche Ihre Hand. Mein Name ist Mila. Several Tage, ich bin in dieser Terrible-Geräusche. Es gibt hier monstern. Dinge, ich kann nicht even beschreiben. Sie sind alle versuchen, mich zu töten. Ich kann sie hören. Ich kann sie hören. Bitte, schau mal meine Messungen. Bitte, komm, finden Sie mich. Okay. Ich soll dich suchen. Gute Idee. Warte mal, die ist noch hier. Miller ist noch hier. Oh, was haben wir denn da? Guck mal, hier bin ich noch gar nicht gewesen. Ja, aber wir haben noch keinen Schlüssel gefunden. So, hier geht es nicht weiter. Alles klar. Wer ist Miller? Sie war hier schon mal drin? Sie ist hier noch gefangen? Au, sie ist hier noch gefangen. Kann das sein? So, mal gucken, haben wir noch mehr erreicht? Ja. Sup, okay. Na. Nö. Naja, wackelt nur. Hm. Pling, pling, pling. Was ist hier? Wir haben doch noch irgendwas gefunden. 0 von 7. Irgendein Paper haben wir doch gefunden. Ach, hier geht es nicht. Okay, warte mal. Kann man da durchgucken? Nö. Also schön. Auf in die nächste Runde. Nochmal. Super. Jo, stärk dich erst mal. Halt. So, das war super. Brauchen wir hier eigentlich auch den Hiding Place? Nee. Auf geht's. Level 2. Level 2, den kenne ich doch auch schon. Oh, den habe ich beim letzten Mal gespielt. Ja, 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 ja. Als ich erwähnte, dass ich geübt habe. Und da habe ich mich um diesen... Ja, und ich erinnere mich kein bisschen, wie es gelaufen ist. Hast rein. Wir müssen übrigens vor diesem Typen, wer oder was das auch immer ist, müssen wir nicht immer weglaufen. Wir können uns auch einfach nur in eine Ecke drängen. Und dann findet er uns nicht. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wenn er einen erst mal entdeckt hat, dann kommt man nicht mehr raus aus der Nummer... Ja, 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 ja. Bye, bye. Geh weg. Wie war das noch? Ach ja, mit... Mit... Shift kann man laufen. Jetzt habe ich mich gelaufen. Super, trink was. Jupp. Hast du toll gemacht. So, was haben wir denn hier? Ach ja, supi. So, ist da unten noch irgendwas? Nee, ist auch leer. Da können wir niemanden retten. Groß, groß, groß. So, rechtsherum. Was haben wir hier? Da ist doch... Nee, das sah nur so aus, als ob... Da ist ein Schrank. Falsch. Aber auch leer. Okay. Hier gibt es nichts mehr zu gestaunen. Halt, da oben geht es doch noch weiter. Ach hier, da können wir uns verstecken. Gut, so, was haben wir hier? Da sind gleich zwei von... Oh. Den haben wir befreit. Der hängt da rum. Ich höre ihn. Nee, er ist wohl noch mal vorbeigezogen. Okay, versuchen wir es erst mal hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir ohnehin zurück müssen. Ein Käpfchen? Na, heute nicht. War da was? Nö. Wir untersuchen auch noch den Rest. Vielleicht finden... Ach, guck mal, die beiden sind miteinander verbunden. Na, fein. Gut. Nö. Mist. Wo ist er denn? Oh, er ist da unten. Okay. Hier war doch... Ja, hier war eine Box. Was? Ach komm schon. Ernsthaft? Ich war doch schon drin. Pfff. Toll. Auf ein neues. Okay. Day 2. 32. 32. Hm. Da können wir uns verstecken. Hier ist nix. Ja, das frage ich mich auch. Hier ist überall so ein Zeug rum. Da haben wir schon mal was gefunden. Da können wir uns verstecken. Oh, sehr gut. Wir können uns überall verstecken. Sehr freundlich. Aber das ist auch nötig. Das ist auch nötig. Nein, ich bin gar nicht da. Vergiss es. Puls schlag. Okay. Scheint in Ordnung zu sein. Ach, jetzt komm. Ernsthaft? Geh weg. Wo ist er hin? So. Es bleibt noch rechts übrig. Ja. Okay. Erst mal gucken. Ne, hier geht's noch weiter. Wir schauen erst mal hier unten. Da ist nichts. Was haben wir hier? Da war es. Artifuse. Oh, da geht's durch. Okay, alles klar. Hier ist niemand. Hier ist auch nichts. Geht's da rechts rein? Ne. Okay. Gut, dann bleibt hier nur noch unten übrig. Das haben wir. Hier ist nix, 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 nix. Ein Schrank. Nix. Wo bist du denn? Ja, ja, ja. Ui. Ach, Schiff war das. Ja, ja. Schon gut. Weg, weg, weg. Er geht wieder nach unten. Okay. Da können wir nicht hin. Dann riskieren wir es. Und nee, ne. Er geht nach oben weg. Alles klar. Okay. Verdammt. Ja, schon gut. Lässt du aber auch nicht locker, ne? Hallo. Nach unten. Nein. Ach, komm schon. Können wir ihn irgendwie weglochen? Hallo? Eben war er noch da. Da ist ein wunderbares... gar nichts. Ja. Okay. So, noch mehr Kaffee. Bacon's... Warum sag ich immer Kaffee? Ein wunderbares... nichts. Wo bist du denn? Ja, ja. Nein, halt hier. Ui. Okay. Na, kannst du dich entscheiden, ne? Ich bin hier. Ach, schon wieder nach unten. Warum? Hm. Okay. So. Was machen wir als nächstes? Hier waren wir schon überall. Wir müssen da durch. Er kommt zurück. Ich höre ihn. Es könnte sein, dass das heute etwas langwieriger wird. Ja. Na, geh doch mal in die andere Richtung. Was machst du da immer? Hallo? Geh weg. Geh weg. Komisch, jetzt laufen wir ihm hinterher und... Er sieht uns nicht, oder was? Er sieht uns tatsächlich nicht, ja? Aber wir müssen ja irgendwo hier so lang. Denn... Ah ja. Okay. Uh, das war nicht gut. Weg! Ich fass es nicht. Also, diese Suppe trinken ist keine gute Idee, wenn... wir gerade verfolgt werden. Entweder wir haben es dann, oder wir haben es nicht. Okay. Noch eine Runde, bitte. Jawohl. Day 2. 42. Yep. Okay. Da ist Nada. Locate the needed supplies. I do, honey. I do. I try my best. Oh. Ach du liebe Zeit. Was hat man mit dir angestellt? Ich hole dich da raus. Da gibt es nichts rauszuholen. Man hat bereits alles aus dir rausgeholt. Ey. Das hat man mit dir gestellt. So. Nummer 1 haben wir. Er ist in der Nähe. Toll. Die Frage ist, in welcher Nähe. Da. Was ist... Was ist jetzt? Was war das denn? Ja, ja, ja. Was war denn das? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ich sag euch, Computer werden sich nicht durchsetzen. Ist so. Und eine super Erfolgsquote... Eine super Erfolgs... Jetzt hab ich nicht auf den Level geachtet. Eine super Erfolgsquote. 2 von 3. Tod. Nada. Entschrank. Warum kann ich mich eigentlich nicht... Ey. Danke. Voll kompliziert. So. Da haben wir ein Buch. Okay. Gibt es hier noch was? Nein. Nein. Okay. Da ist noch was. Ja. Take it. Ist hier ein... Da ist ein Schrank. Leer. Ich höre ihn. Aber ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Verdammt. Jetzt laufe ich den ganzen Weg zurück. Das wäre bestimmt auch einfacher gegangen. Oh. Ja, ja. Das war ein langer Weg. Ja. Okay. Er geht nach unten weg. Dann versuchen wir es jetzt hier irgendwo. Nichts. Und hier ist... Und hier ist... Oh. Ey. Was ist das? Was haben die mit dir... Oh. Ich sehe fast so. Was kann man wohl mit diesem Schreigedingser da machen? Ich weiß aber nicht, aus welcher Richtung. Ja. Das war gut. So. Schauen wir uns erstmal hier an. Da ist ein Pümpel. Was macht ein Pümpel hier? Und da ist... Ein aufregendes Nichts. Was haben wir hier? Nö. Das kommt mir bekannt vor. Oh. Mist. Ja, ja. Na? Ja. Weg, 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 weg. Och. Geh doch in die andere Richtung. Ich schätze, wir werden da unten noch irgendwas finden. Komm. Wir folgen dir mal nah. Wie fühlt sich das an? Dumpfbacke. Oh. Er hat es sich anders überlegt. Nö. Okay. Oh, voll der Schisser. Er kommt zurück. Ja. Ja. Toll. So. Und jetzt versuch es mal im Norden. Ich würde nämlich gerne... Das ist eine Spitzenidee. Okay. Ich warte noch einen Augenblick, bis er weg ist. So. Okay. Rechts waren wir schon. Was hat der links gemacht? Da ist ein Automat. Ja, ich glaube, den sollten wir auch aufsuchen. Jupp. Supi. Okay. Hier ist nichts. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Hier waren wir schon mal. Ich habe eine Spitzenorientierung. Ehrlich. Da ist es. So. Und wisst ihr was? Ich haue jetzt ab. Nein. Komm schon. Und ernsthaft. Weg ist er. So. Okay. Hier ging es doch raus. Raus, 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 raus. Ja. Ach halt. Genau. Wir brauchen ja noch dieses Ding hier. Erstaunlich. So. Mal gucken, was wir ergattert haben. Ja. Da sind wir wieder. So. Erst einmal laden wir die Supplies ab. Dann würde ich mir gerne... Oh, können wir hier eigentlich inzwischen irgendwas Interessantes machen? Nee. Da hat sich noch nichts ergeben. Dann hören wir uns mal in Ruhe an, was... Was das für eine Nachricht war. Haben wir da... Davon haben wir genug. Ja. So. Das war nicht dabei. Nein. Ich. Weg. Hier können wir auch nichts mitmachen. Okay. So. Was haben wir denn noch gewonnen? Ist hier irgendwas? Und 0 von 7. Hm. Spitzen Ergebnis. Ich renne immer wieder in dieselbe Richtung. Irgendwie haben wir... Ja. Oh, ein Tier auch nicht. So. Okay. Hier unten gab es aber noch... Äh... Safe Ausbau. Wenn nicht. Aber ich würde gern gucken... Zwei von sechs. Ha. Siehste. So. Wir kommen dem näher. Und ich würde mir gerne diese Nachricht noch einmal anhören. Please be strong. My father was a butcher. Rest his soul. My mother and I had only each other while I was growing up. She taught me how to be resilient, strong. But now... I am afraid. Afraid of that demon outside my door. Was? Habe ich das richtig verstanden? Der Vater war Schlachter. Okay. Und der Vater hat Leute... Kein Schlüssel. Und da waren Sachen auseinandergenommen. Okay. Tun wir es? Ja komm. Einen machen wir noch. Wohin treibt es uns diesmal? Day 3. Okay. Hier haben wir zwei, drei Objekte gleich. Echt? Cool. Okay. Ich höre schon wieder was. Ach komm. Ich habe da keinen Bock drauf. Wir verstecken uns direkt. Es war ja mal gut, dass wir das getan haben. Ich wäre ihm direkt in die Arme gelaufen. So. Also. Ja. Nichts. Oh, da geht es weiter. Okay. Na gut. Ich weiß. Oh, ich weiß. Ein Pimpel. Oh. So. Und ja. Kommt. Wir können uns das. Warum auch nicht? Oh. Ich sollte mir auch mal einen Kaffee holen. Das wäre jetzt eine spitze Idee. So. Da-da-da-da. Das sieht schon ein bisschen aus wie ein Schulgebäude, nicht wahr? Irgendwie schon. Sackgasse. Was haben wir hier noch? Ja, cool. Und ein großes Nichts. Da oben sind auch noch Räume. So. Okay. Wir versuchen es hier weiter. Look. Oh. Mal ein anderes Bild. Was ist das? Keine Ahnung. So. Ach, er ist wieder da. Ja, ja, ja. Na komm. Bist du der Butcher? Bist du unser Vater? Ich bin dein Vater. Er ist weg. Dann versuchen wir es mal hier auf der rechten Seite. So, also zwei sind, äh, sind dort. Äh, äh, ich bin nicht hier. Scheiße. Und jetzt? Ah. Hö. Das geht? Das ist cool. Das ist cool. So. Das schon hier auch zu Fuß. Zack. Das sind die Demons. Ja, aus dem... Erwähnt ihr irgendwas von wegen Demons? Outside the house. Jupp. Oh nein. Ist das eines der Opfer des Vaters? Nee, kann nicht sein, ne? Leider nichts. Okay. Oh. Ach, das war das, was wir eben gesehen haben, ne? Da ist auch ein überraschendes Nichts. So, wir haben noch zwei Objekte liegen hier. Das heißt, eins müssen wir noch finden. Da ist das eine. Da ist das eine. Und... Nein. Ach komm. Ich war so nah dran. Okay. War für ein bisschen. Ja. Also, nach oben. Und du gehst jetzt bitte nach unten. Danke. So, also, das können wir ja schon mal mitnehmen. Und, äh, da, 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 hier. Auf der rechten Seite. Aber erstmal, was haben wir noch links? Da ist... Oh, da geht's noch weiter. Möchte ich das sehen? Äh. Was war das denn? Das ist ein Safe Room. Okay. Hier ist nichts, nichts, nichts. Einfach nur... Ist das... Nee, das ist einfach nur eine Tonne, ne? Ja. So. Oh. Haben wir uns schon getroffen? Nee, haben wir nicht. Leider nichts. Er kommt. Ich hör ihn. Er geht vorbei, wie es scheint. So. Dich nehme ich erstmal mit. Das ist nichts. Brauche ich dich? Ich glaube nicht, oder? Das sieht gut aus. So. Auf geht's. Ab nach Hause. Ja. So. Dann lassen wir uns mal gucken, was die Ausbeute diesmal war. Erstmal legen wir unsere Supplies zurück. Wie immer der Gang zu diesem Kästchen. Mal gucken, was passiert. Es passiert nichts. Naja. War aber schön. So. Was haben wir ergattert? Wahrscheinlich brauchen wir nur diesen Rekorder, ne? Hier ist nichts Neues. Bringt das irgendwas? Das bringt gar nichts. So. Kontrolle. Null von sieben. Null von sieben. Null von sieben. Osa. Und hier, meine ich, hatten wir auch nichts. Nein. Okay. Wie spät ist es? Ach, komm. Einen gönnen wir uns noch. Null von sechs. Null von fünf. Kein Schlüssel. Ja, komm, los. Einen machen wir noch. Wird ein bisschen eine längere Folge heute. Ja. Mal gucken, was passiert. So. D4. Level B. Level B? Das soll bestimmt 8 heißen. Oh. Gleich 2 auf einmal. Halt. Halt, 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 halt. Babe. Wo bist du? Geh vorbei. Nein? Okay. Wisst ihr was? Dann probieren wir es erstmal woanders. Wir probieren es erstmal hier. Ach, er kommt sonst hinterher. Ich höre es. Brauchen wir das? Nee? Scheint nicht so. So. Was haben wir hier? Einen Schrank. Mit nichts drin? Wer hätte das gedacht? Oh. Hier sieht alles zugleich aus. Oh. Da ist das Buchcomic. Was auch immer das sein soll. Oh. Wahnsinnig groß. Und das bei meiner wunderbaren Orientierung. Ich bin begeistert. Hier ist... Nö. Na da. Da ist eine Uschi. Da ist auch nada. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Gut. So. Save. Haus brauchen wir nicht. Da waren wir schon. Da war... Da war doch nichts, oder? Da haben wir ja irgendwas übersehen. Na. Okay. So. Ähm, ähm, ähm. Was machen wir jetzt? Probieren wir es hier nochmal. Save. Ach, hier waren wir doch schon. Ich sollte auf keinen Fall eines von diesen Open-World-Spielen spielen. Ich wäre hoffnungslos verloren. Okay. Da ist ein Schrank. Mit nichts drin. So. Was haben wir hier? Was ist das da oben? Irgendwas unter der Decke, ne? Ah. Noch eingefangen. E. 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 Uh. Savehouse tape found. Cool. Hier gibt es wieder Schrankerei. Ja. Halt, hier waren wir schon. Wir versuchen. Und das. In der Sarkassa. Klar. So. Weiter geht's. Hier ist nichts. Ach, shit. Also, nach links müssen wir... Rechts müssen wir noch rüber. Unten rechts und er geht nach unten. Hervorragend. Okay. Dann probieren wir es jetzt mal hier. Ah, da ist das letzte Teil. Okay. So. Wir brauchen uns nicht verstecken. Ist hier noch ein Schrank? Irgendwas, was wir erkunden können? Nö. Tja. Sollen wir noch nach rechts rüber gehen? Ach, Mist. Ich möchte hier... Los, weg. Und er geht wieder nach unten. Hm. Ich würde ja zu gern noch rechts gucken. Und da noch irgendwas ist. Ja. Ja. Spitze. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh woanders hin weg. Das machst du gut. Wir können ihn verfolgen. Du bist dran. Ach, ich finde nur... Hier hat das wenig mit Fangspielen zu tun. Obwohl irgendwie... Oh ja. Das ist eine gute Idee. Das hat ja durchaus was von Fang. Ah. Okay. Leider nichts. Ah. Deshalb konnten wir hier nicht reingehen. Sollten wir hier nicht reingehen. Weil es da... Nein. Nein, 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 nein. Oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. So. Okay. Wir haben hier alles erkundschaftet. Dann nehmen wir... Schnappen wir uns das Teil. Äh. Das Teil. Genau. Schnappen wir uns das Teil. Und ab nach Hause. Ja. Danke sehr. Wir müssen immer wieder dasselbe finden. Kann das sein? Hm. Supply is weak. Ja. Irgendwelche Neuigkeiten hier. Nein, natürlich nicht. Warten wir auch. So. Okay. Ähm. Das Tape haben wir gefunden. Das sollten wir auf jeden Fall überprüfen. Hier ist nichts Neues. Hier ergibt sich ebenfalls nichts Neues. Nichts Neues. Nein. Null von sieben. Okay. Dann hören wir uns noch das Tape an. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Hm. Gott. Ja, 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 ja. Zwei von sechs. Ah. So. Na, jetzt sehen wir. Let's get's. Is anyone there? I don't know how much longer I can stay alive. I'd like to pretend someone is coming for me. At any moment someone will open this door. Ja. Und save me from this suffering. Wir sind unterwegs. If a hero exists. No matter what size or shape they may take. Now is the time. Please come find me. Keine Sorge. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir retten dich. Wir helfen dir. Wir kriegen das schon hin. Halt durch. Halt durch. So. Okay. Ich denke, für heute reicht es erstmal. Wir sind fast eine Dreiviertelstunde am Start. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei... Wie heißt das?